Musik Ich als Steuerberaterin sage Ja zu einer Ökonomie der Menschlichkeit. Seit mehr als 20 Jahren leben wir in unserer Kanzlei nachhaltig wirtschaften und gut leben. Wir ermutigen Unternehmerinnen und Unternehmer neben den Zahlen auch ihre kostbare Lebenszeit und die Zufriedenheit als Basis für ihre wirtschaftlichen Entscheidungen zu nehmen. Das ist Ökonomie der Menschlichkeit. Darum sagen wir Ja zu einer Wirtschaft, die Energie, Sinn und Freude spendet und gleichzeitig die Umwelt schont. Machen Sie mit!